Es ist mittlerweile Abend geworden hier vor dem Eingang des Krefelder Zoos. Seit heute Morgen sind viele hundert Kerzen, viele Kinderbilder hinzugekommen. Ein wirklich beeindruckendes Bild. Die Kassen haben vor zehn Minuten geschlossen. Jetzt verlassen die letzten Besucher den Zoo. Sie wollten mit ihrem Eintrittsgeld zeigen, dass sie zu dem Zoo stehen. Sie wollten damit den Zoo unterstützen. Ein Neuaufbau des Affengeheges, in welcher Form auch immer es entstehen soll. Die Pfleger hoffen, dass mittlerweile Alltag einkehren kann, obwohl sie noch sehr, sehr schwer in der Trauer sind. Sie wollen dennoch versuchen, ihre Arbeit den Tieren zuliebe so gut wie möglich zu machen. Sie werden in Teilen seelsorgerisch noch unterstützt. Auch psychologisch, wie die Pressesprecherin uns heute Morgen sagte, sei es für viele wirklich sehr, sehr, sehr schwer, mit dieser Katastrophe umzugehen. Nichtsdestotrotz versuchen die Verantwortlichen den Alltag hier wieder zu meistern.